Ob Mensch, Tier, Pflanze oder Bakterium. Nur wer sich erfolgreich fortpflanzt, sichert den Fortbestand seiner Art. Eine Elefantenkuh bringt nach eineinhalb Jahren Tragezeit meist nur ein Kalb zur Welt. Eine Maus dagegen kann alle zwei Monate etwa sechs Nachkommen gebären. Und nach nur weiteren sechs Wochen sind auch diese schon wieder geschlechtsreif. Rein theoretisch heißt das, dass nach einem Jahr schon mehrere Millionen Mäuse zur Welt gekommen sein können. Die Elefantenkuh wäre da noch immer schwanger. Wie kann es sein, dass solch unterschiedliche Strategien augenscheinlich zu dem gleichen Ergebnis führen? Dem Überleben der eigenen Art über Generationen hinweg.